Der Franz ist im Moment zur Reha in Bad Wiessee, also bei mir um die Ecke, in einer Reha-Klinik nach seiner schweren Herzoperation. Es ging ihm unmittelbar nach der Operation nicht so gut. Es musste auch noch ein zweiter Eingriff vor ein paar Wochen gemacht werden. Jetzt geht es ihm etwas besser. Wir sind im regelmäßigen Kontakt. Wir gehen ein-, zweimal die Woche zusammen essen. Der FC Bayern steht hundertprozentig ihm zur Hilfe. Wir versuchen zu helfen, wo es nur geht. Und ich würde in seinem Sinne, denn er hat es schwer daran zu tragen, nicht nur an seiner Krankheit, sondern an dem ganzen Theater um seine Person. Ich würde irgendwann mal auch an gewisse Leute bei den Medien daran appellieren, ihn endlich mal in Ruhe zu lassen. Denn es ist eine Riesenschweinerei, was da um seine Person gemacht wird. Er hat Unglaubliches geleistet. Er hat nichts in seine Tasche gesteckt. Er ist ein Mann, der sich den Arsch aufgerissen hat. Zwei, drei Jahre lang. Und jetzt muss irgendwann mal Ruhe sein. Das ist jetzt 15 Jahre her. Und man soll den Mann irgendwann in Frieden leben lassen. Und jetzt ist das jetzt 21 Uhr. Und jetzt muss immer ihmまず Okay,